In diesem Video lernen wir, wie man das Wort nur in Ausnahmesätzen verwendet. Sie isst nur vegetarisches Essen. Sie isst nur vegetarisches Essen. Sie sprechen nur Englisch in dieser Schule. Sie tragen nur Schuluniformen in dieser Schule. Wir haben gestern nur Wasser getrunken. Wir haben gestern nur Wasser getrunken. Sie trägt immer nur schwarze Kleidung. Wir reisen nur im Sommer. Wir reisen nur im Sommer. Sie spielen nur klassische Musik in diesem Festsaal. Sie spielen nur klassische Musik in diesem Festsaal. In diesem Restaurant wird nur italienisches Essen serviert. Sie spielen nur Fußball im Sportclub. Sie spielen nur Fußball im Sportclub. Sie bestellte nur Kaffee in dieser Konditorei. Sie bestellte nur Kaffee in dieser Konditorei. Du wirst die Arbeit nur beenden, wenn du jeden Tag mehr als zwölf Stunden arbeitest. Du wirst die Arbeit nur beenden, wenn du jeden Tag mehr als zwölf Stunden arbeitest. Du wirst die Arbeit nur beenden, wenn du jeden Tag mehr als zwölf Stunden arbeitest. Du wirst die Arbeit nur beenden, wenn du jeden Tag mehr als zwölf Stunden arbeitest. Du wirst die Arbeit nur beenden, wenn du jeden Tag mehr als zwölf Stunden arbeitest. ... ...